Hey Leute, ich bin's, euer Cody und willkommen zurück zu Watch Dogs. In der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen um ein paar Verbrecher gekümmert und ähm... Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. Nun, es handelt sich um geschützte Informationen und jeder unschuldige Bürger, der seinem Tagwerk nachliegt, kann sich nicht erfüllen. CTOF wacht über sich, stellt sicher, dass ihre Daten geschützt werden und ist bereit, die Polizei zu alarmieren, wenn ein Verbrechen ist. Charlotte, wenn das die Zukunft ist, was soll das? Wir arbeiten ständig an Neu-Entwicklungen. Wir haben aufregende, neue Ideen für das CTOF-Programm. Wir machen jetzt eine Mission. So, endlich kann ich meinen Satz bänden. Vielen Dank, Radio. Und into space! Oh, oh, ich seh nix. Ich seh nix. Baum! Auto! Laterna? Irgendwas? Okay. Still alive! Still alive! Bist du da... Du bist doch grad jetzt nicht ernsthaft in das Auto reingesprungen. Aber du Bastard! Go for... Walletite, Bastard! Ich mein schonmal... Wie dumm kann man sein? Kann ich hier hochklettern? Ja, kann ich. Das gebür ich auch. Perfekt. Und... Wir sind auf einem Friedhof. Besuchen wir unsere Nichte? In RPS. Was ist das ein Verbrauch. Schreie ist nicht den graphen. In RPS. 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 Ja. Aber das versuche ich noch gar nicht. Du bist mein Bruder. Ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast meine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Versprochen. Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, die der dich... Hermione! Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Wirf mich am Gormenheiz auf dem Dach. Du bist eine stuflige Katze. Ich weiß. Aber du kannst hier nicht die ganze Zeit am Mikro rumspielen. Nichts Miau. Ich frage mich, ob man das Miau echt in der Aufnahme hört. Das wäre interessant. Du sitzt doch gerade nicht ernsthaft auf meiner Tastatur. So, halbwegs. Ernsthaft. Ich kann euch sagen. Katzen sind zwar süß und schnuffelig und die machen Miau, aber... Wenn sie am Tag nicht ihre drei Stunden Aufmerksamkeit bekommen, dann... Drehen sie durch. Dann drehen sie am Rad. Und wie viele Verbrecher gibt es hier in dieser scheiß Stadt? Ernsthaft. Ich dachte, das ist eine Mauer. Oh, kann man hier durch? Kann man hier durch? Yes. Hallo. Oh, warte. Ich sollte eventuell aussteigen. Das ist effizienter. Glaubt mir. Ähm. So kann man auch ein Verbrechen verhindern. Sonny ist sehr effektiv, aber... Das funktioniert so auch. Tollegon. Gut. Ähm. Was machen wir jetzt? Mission wieder? Komm. Machen wir Ihnen das letzte Mal ein bisschen Verbrechen besagt. Tja. Das ist ja... Das ist einfach mein Markenzeichen, dass ich die Kamera immer so drehe, wenn ich einen Drift mache. Amani. Ich sehe meinen linken Bildschirm nicht mehr. Da sehe ich meine linke Bildschirm. Worte? Oder ist das ein Drittel? Ich gehe mal auf Drittel. Ich sehe meinen linken Drittel nicht. Ich mache zumindest den Kopf runter. Ja, toll. Jetzt sehe ich mein Auto nicht mehr. Okay, ich glaube, das ist von der Wand. Oh, danke. Danke. So, jetzt den Kopf unten lassen. Baum. Nein, lass den... Weißt du, ich habe das Gefühl, du machst das mit Absicht. Weißt du das? Ja, guck mich nicht so katzig an. Ich weiß, was du vorhast. Willst mich provozieren? Du willst, dass ich das Spiel verkacke. Das funktioniert relativ gut, weil ich nichts sehe. Warte, ich muss die Kamera ein bisschen drehen. Nicht der Pizzamann. Okay. Setze ich mal zähmen nicht. Okay. So, also als kleiner Vergleich, damit ihr versteht, was ich meine. Meine Katze sitzt genau da, wo Aiden ist. Ich sehe ihn gar nicht, egal warum ich mich drehe. Ich sehe nichts, wo eine Katze mich anguckt. Und sich überlegt, was soll ich hier gerade labere. Darum muss ich. Auf den Kopf zu drehen, nachher sehe ich gar nichts mehr. Oh, jetzt sehe ich ihn, wenn er klettert. Ja, die Katze ist weg. Heureka. Amani nicht nochmal. Rein. Oh, fuck. John. Wer sind Sie? Die Wohni? Was ist passiert? Ja, die Sicherheit in diesem Haus ist schon gut. Ja, man. Ich denke, diese Leute haben nur eine Türkette anzugehen. Wolltest du wohl die Pizza-Lieferanten? Du kannst unbewusst die Tür aufmachen. Okay. Wahnsinn. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Wolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür in Stift, da ist die Kette. Ich schiebe ihn rein und schnippe und karte mal. Ist nicht der Pizza-Mann. Schau dich, das Problem. Komm schon. Was tun wir denn gerade? Wir sind mitten in der Auflösung hier im Fies. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Oh, Sniper. Ich mach mich nur fertig. Toller Blick. Nicht tot? Heute Morgen geht was raus. Da leuchtet was. Auf den Dollar für die Auslösung. Und einer von denen ist lange aufgeschlossen. Sieht aus, als wissen wir beide uns mal unterhalb. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vergebissen an deiner Schuhe. Ich kümmere dich nicht um meine Methode. Weißt du, wie man es benutzt? Geben deinen Arscher runter, ich gebe Deckung. Und lass den Busch anbeliehen. Das Team braucht nicht. Glaubst du? Machen wir es schnell, okay? Meine Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke. Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen wir? Dich. Jemand will den Rächer, und zwar dringend. Und sie wollen einen fiktierten Gefangenen-Transport organisieren, um den Zeugen frei zu bekommen, der dich erkennt. Ich hab noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommt, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce, das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich und mir. Ich denke nicht, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Nette Versuch, aber ich sehe die. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir machen hier einen Cut. Ich betere, euer Cody. Ciao. Ciao.